Willkommen zurück bei Firewatch. Auf dem Weg zum Pfadfinderlager seien wir, Stunfire Brand immer noch vor sich hin, sage ich jetzt einmal. Verdächtiges, am Weg daher haben wir nichts gesehen. Alter, das ist ein riesen Steppen da, sage ich einmal. So ein kleiner, waldfreier Part. Aha, da haben sie also die Feuerschneisen da reingebrennt, weil sie Angst gehabt haben, dass sich das da zu uns oben ausbreiten kann. Wir sind auf dem richtigen Weg nach links. Sehr gut, dann müssen wir jetzt bald einmal einen kleinen See sägen oder was. Es ist schwer auf der Karte auszumachen, ob man wirklich richtig läuft oder nicht. Ja, wir laufen jetzt wieder komplett falsch. In die Richtung müssen wir. Da ist jetzt gleich der kleine See. Aha, was finden wir denn da? Ja, da ist der kleine See. Und? Am Pfosten, da soll man wirklich am Pfosten melden. Ah, da ist ein altes Pond hier, nicht viel mehr als ein Pfeil von Mudd. Hast du es auf der Karte? Ah, ja, ich weiß, wo du bist. Ja, wo bin ich? Porkpond. Es war ja so ein Sign-up für das, aber ähm... Well, folks kept stealin' it. Porkpond. Halt! Uh, because it's called Porkpond? It's a good goddamn name. That sign would look great in a den. Or, you know, anywhere. So, is the scout camp anywhere near Porkpond? Yeah, it is. Just keep heading east. You'll cross the small ravine and you shouldn't be able to miss it. Alles klar Delilah, danke. Schauen wir uns da noch an, was da rumliegt. Schneemobil. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da im Winter gut mit den Geräten vorankommt. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. It looks like one of the poor bastards was cruising across Old Porkpond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Ja, so trocken wie immer. Da war echt irgendwas. Da hat man echt noch irgendwas melden können jetzt. Zerleg das. Zerleg der Motor. Wow, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here. But given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. Absolut Delilah. Polkpond, okay. Kann man das auch noch? Nein, kann man nicht melden. Das ist aber genauso. Alter! Boah, das hat mich jetzt gerissen. Weil waren wir es da selber mit den Geplanschen. Nach Osten sind wir da richtig gepasst. Und da klauen sie ein wenig Schmutzloch. Da vorne schaut's nach Ding aus. Camp. Arapade. Okay, alles klar. Gut, wir wissen, dass es da rein geht. Das ist eine hinige Brücke anscheinend. Was gibt's da noch? Weiter Sprung nach unten. Wahrscheinlich müssen wir das sogar machen, weil die Brücke hin ist. Müssen wir sowieso da her. Ich schau aber noch mal kurz ein kleines Ründchen, ob es da irgendwas gibt für uns. Also sie haben es echt weitläufig gemacht, muss ich sagen. Gigantisch. Gefällt mir gut. Okay, und da ist Ende Gelände. Schön, dass jetzt die Musik dauernd im Hintergrund spielt. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Auch wenn es immer die gleiche Schleifen ist. So, Henry, jetzt schauen wir uns mal die Brücken an, da hinten. Ob du da mit deiner Fitness drüberkommst oder nicht. Ah, können wir melden. Camp Arapahoe. Camp Arapahoe. Arapahoe, okay. Ja, ich bin. Es war da seit den 50ern. Ich war nie wirklich mit der Idee der Scouts. Es ist etwas über die Männer, die die Mädchen über ihre Ideen organisieren. Oder ist das richtig mit mir? Beware of Weeblows in großen Nummern. Beware of anyone in großen Nummern. Es ist sehr richtig. Die Brücke zum Camp ist aus. Verdammt. Und wir haben ja schon gesehen, weiter Sprung nach unten. Und wir haben ja schon gesehen, weiter Sprung nach unten. Alliopp. Henry. Jetzt. Kann ich sich nochmal melden? Nein. Lucky war zu schnell. Sorry dafür. Oha. Den würde ich gerne melden. Und nicht am Pfosten an den See. Gut, dann schauen wir uns da noch ein bisschen um. Fällen. Okay. Damit hat sich das Rätsel schon gelöst, was wir da wahrscheinlich finden werden im Pfadfinder-Auger. Da, schau her. Und ich hab immer das ungeheute Gefühl, dass der eine oder die einen mit dem Funkgerät immer hinter uns heischleichen. Und uns beobachten, was wir machen. Habt ihr euch mit den Scouts gesprochen? Nein, sie waren nicht hier in einem Zeitpunkt. Und ich habe generell nicht viel zu sagen für Präteens. Unless es Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I could make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a Scout, or a Weevolo, or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Ah, well, it's not that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. Hm, you know how to tie one? Heck no, I'd make a Weevolo do it. Ha, da ist gut. Ah, I guess these little shelters are where they keep the Weevolo's. For the past 35 years, yeah. Okay. Ja, sehr, sehr angenehme Betten. Kann man sich nur wünschen, dass man da zwei Monate bei der Hitze auf solche Betten schlafen kann. Was haben sie denn da auch gemacht? Aha, okay. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn! Schade. Vielleicht ein bisschen an sozialen Kontakt von Henry hatte ich mir jetzt schon gut schnell, ehrlich gesagt. Aber wenn die weg sein. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier trail is the less inclined ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Gut, dann ist da Sackgasse. Schauen wir uns mal in dem anderen Haus da um. Da dahinter gibt es auch nichts mehr. Alles empty da. Sind wir da. Einer für 10. Wieder ein Ofen und Zünder. Passt. Aber sonst nichts interessantes rein da. Halt! Was ist das? Ah, die... Vermisstenmeldung wieder. Vom... Mitch Michaels. Kann man das nicht melden? Nein. Kann ich mir schon. Ich glaub das war mal in einen Cage rein. In so einer Versorgungskisten. Okay, da ist auch nicht viel. Lagerfeuer. Warum ist da jetzt gestanden ein Austreten? War das ein kleiner Bug? Weil das ist ja aus. Ja, da gibt es nichts. Können wir nicht drüber laufen. Schade. Wir haben jetzt da eigentlich alles gesehen, was wir wollen, oder? Schauen wir noch da hinten hin. Aber wir müssen da ja irgendwas finden zum Öffnen. Das Zaun mit dem Vorhängeschloss. Aha, da ist der alte Brücken. Hier geht es nicht weiter. Und dann laufen wir eigentlich gleich wieder die Runde zum Totenpfahl. Also müssen wir irgendwas über Segen haben. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon gesehen und denkt euch. Locki, du blinder Hund, du. Vielleicht da, wo der Feuerlösch-Trupp unterwegs... Ah, da! Genau da steckt sie. Wer bekommen sie? Die Axt. Äh, ich habe einen Axt gefunden. Wenn eine der Crew es lefte, das Ding ist eigentlich ein Pulaski. Es sieht aus wie ein Axt zu mir. Das Ding wird eine große Hilfe. Für beide zu gehen durch das Backcountry und zu gehen durch das Fenster. So ist es. Und wir haben eine Axt. Okay, wir haben sogar kurz gesehen, dass sie ausgerüstet ist. Und jetzt würde mich interessieren, ob wir da hinten durchkommen. Und wo wir da hinkommen. Henry, mach was. Jaaaa! Bittisch! Bittisch! Und wir sind durch. Sehr stark. Keirnach war Pitti Meadow. Zurück. Werden wir machen. Aha. Wisst, wo wir sein. Na, ist doch kein Abkürzigkeit gewesen. Es hat der ausgeschaut wie er. Nein, es soll jetzt nicht. Der lacht es mir leer aus. Okay, es hat er ausgeschaut wie ein Mammut. Ruhe jetzt. So, das stürzt der Fällenumfang an Henry. Dr 1 7. Wolff ist es nicht, wo wir was verletzten können, die geprafstos ist, dass es scrap aus und wer den befinden. Ja, am Rückweg. Jetzt nehmen wir aber in Cottonwood Creek. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Sonst, wir haben echt... Boah. Wow, das ist sehr... ...thorough, yet completely irresponsible of you. Congrats. Aber ich bin nicht so gut mit der ...Following-up-with-stuff-part. So, die Parking-Tickets... Ja, sie sind alle unpaid. Ich bin die Scourge von jedem Meter von hier zu Mexiko. Anywho, ich war über alle meine Dokumenten, Memos und Updates, und ich habe etwas von April über eine Fence in der Mitte der woods in Wapiti Meadows. Delilah. Ich weiß, ich weiß. Es geht darum, wie wir zu reporten any damage zu unseren Bossen oder Universitätsforschriften. Universitätsforschriften? Weil sie eine Art Art Studie machen. Es ist ein Forschungszentrum. Also, die Frage ist, was wir denken, sie sind studiert? Ich meine, Sie und ich sind sehr interessant. Well, Sie sind nicht. Ich bin infinitisch komplex. Oh, you know, wahrscheinlich nur Horned Toads. Vielleicht ist dein Turtles ein Escapee. Und ein Wapiti Station Clipboard mit unseren Gesprächern ist, was, was, was sie? I'm just messing around. Somebody is obviously up to something. I'm freaking out here! At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mine too. Okay. So what's next? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. No, definitiv nicht. No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Um, there isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No, not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Tag 77. Und es wird immer mysteriöser. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, oh, fiftieth time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Someone's out here. Goldene Trophäe sogar, nah, aber die Ehre, eh? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Uh, okay. By the way, I was wondering if your flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Uh, uh, all right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Alter, was ist mit ihr los? Von einem Tag auf den anderen, komplett eine andere Stimmung. Bei der soll man sich noch auskennen da. Ich glaube, dass die da mit reinsteckt. Die kann mir nicht helfen. Das kann ja nicht sein. Nach so einem Ereignis, wie gestern Abend, mir hatte ich mir auch die Sonne schon untergegangen, wo sie sich so voll aus angeschissen hat, sage ich einmal, und mir und sie auch, wacht der in der Früh auch, meldet sich nicht und hat der eine mega gute Laune. Das ist ganz komisch jetzt. Dann kriegst du halt eine scheiß Meldung. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great, just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Let me look at it and I'll tell you. No, you don't need to tell me, just, um, internalize it. It's a great tree and there's an area called, um, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to, maybe. Oh, yeah, okay, maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell you. Radio me the moment you get there. Ganz komische Story jetzt. Ja, Musik, du sagst es. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Jetzt schickt die uns aus sie. Rucksack kann man nicht mitnehmen. Ah, ja, natürlich. Junefeuer brennt weiter vor sich hin, verzieht sich aber Richtung Süden. Hinterlasst aber eine ziemliche Rauchwand da, würde ich sagen. Alter, was ist mit dir los? Kannst du ja nicht in der Fräscher-Sau anfangen. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht ist die auf den Karten angezeichnet. Wo will sie uns jetzt hinhaben? Bekannten eigentlich Richtung Warpity Station gern, weil wir haben ja die Axt. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so hilflos. Falls wir einen begegnen sollten. Wo will sie uns jetzt hinhaben? Sie sagt, wir sollen uns irgendwelche Bar mal anschauen. Na, er wieder. Stellst du dir jetzt da hin einmal? Er mag einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. John is the lake. Sie meldet sich auch nicht. Da können wir ja auch nicht runter. Wir bewegen uns jetzt mal Richtung Warpity Meadow wieder. Denn da müssen wir ja sowieso hin. Mit der Axt. Sie hat uns eigentlich keinen konkreten Punkt gegeben, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Nur, dass wir für einen Hike ausschwärmen sollen. Okay, da ist unser Blumms klar. Dann laufen wir halt einmal eine Runde. Wo können wir denn da hin? Richtung Höhle? Ja, da können wir Richtung Höhle. Da wollen wir gar nicht hin. Ne, wir sind in die Richtung. Aber lieber Freunde, bevor wir da hingehen, siehst du wieder, die Folge ist vorbei. Beende mit dem schönen Ausblick. Die Folge mit dem Blumms klar. Und wenn es gefallen hat, kommt da, Daumen oder Abo, da lassen Sie mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Firewatch. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.